So, lass es gut sein. Nein, du tötest einen damit! Oh nein! Toll gemacht, early, early! Hey, warte auf! Herzlich willkommen, Leute, zu GTA 5 Online. Endlich ist es soweit, ne? Wir sind superviele Leute hier in der Wohnung. Da links, wer macht die Glotze? Da links haben wir McManus in seinem Original-Outfit. Hi Leute! Kapuze mit dem Gruß. Hallo! McFly! Hallihallo! Early Sturty, wieder die Einleitung. Da steht auch noch Crabs hinter der Couch. Hallo! Sachse detailgetreu. Hallo! Schigo! Hallo! Liquid Duck ist mit dabei. Quack quack, servus! Und unschmerzwerken, die Nancy. Wunschmer. Wie jetzt? Wie jetzt? Küchchen für alle. GTA 5 Online. Hat ewig gedauert. Wir sind zehn Leute, das ist echt eigentlich superviele. Das wird nie klappen. Das ist super. Die Bude ist rammelvoll. Die Bude ist voll. So, ich glaube, bevor wir irgendwas machen, können wir jetzt mal Autos hier holen und so. So, ne? Ihr habt alle noch keine Autos? Ohhhhhhhh! Ohhhhhhh! Wir stecken fest! Oh man! Oh man, das ist echt echt. Oh Mann! Oh man, das ist echt echt. Oh mein Dados Auto? Aber wir können dahin nicht einsteigen, Dalu. Einfach gegen das Garagentor laufen. Wo ist ein Auto oder habe ich keines? Was explodiert? Ist meine Garage explodiert? Was habt ihr gemacht? Hier explodiert alles. Da explodiert ich, was ist da los? Chigo steig ein. Oh mein Gott. Chigo. Wir haben doch kein Auto. Ich kann kein Auto. Ich kann kein Auto. Was explodiert denn hier? Chigo, komm, lass uns ein Auto suchen. Ja, ich hab hier eins. Einen Platz hab ich mal frei. Hier kommen alle mit ihrer Kanne raus. Ich bin bei Sachsen. Oh Mann, das steht au. Oh Mann, das steht au. Es tut mir leid. Hey, Mannos, ey. Ich bin ein Treuer. Ich bin einsteigend. Turbo. Wäre auch schönes Auto wegfly. Einen Platz. Einen Platz. Hey. Hey. Hier ist seine Mittelfinger. Aus geht's. Wo geht's hin, Leute? Hey. 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 Oh, weg. Wo, weg. Ich versuche noch mal die Garage kommen. Vielleicht wird es repariert, oder? Hey. Der Bitter! Der war das! Knall ihn ab! Diese Platten! Echt jemand hat mit einem Platten geschossen! Kapuze! Das war nicht viel! Aua, 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 Aua! Der geht gut los, Leute! Hör auf, nicht töten! Hier! Oh! Der war der MPC! Der MPC ist tot! Oh mein Gott! Jimmy! Verfüß dich! Die on it! Sammelt die Cola ein! Jawoll, ich hab's! 20 Dollar! Die Bullen kommt! Es konnte ja nur schief gehen! Wir müssen gespinnen, wartet, Leute! Ich bin wieder da! Warte, die Bullen! Ich hab Angst! Crabes abstehen! Was genau passiert hier gerade? Wir müssen weg! Wir haben ja schon zwei Sterne und die Cops kommen! Ich kann nicht schneller fahren! Ach komm, das geht! Du kannst nicht mehr fahren! Doch, doch! Ich kann alles! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben kein Problem kaputt zu bekommen! Rückwärts ist besser! Alter, hier ist das Chaos ausgebrochen! Das ist Armageddon geknallt! Oh mein Gott! Ja, wir werden... Wir werden dann die Kühle reingeschoben! Wir werden natürlich auch noch Mission und alles machen, aber... Kühle, ich hab erstmal... Ich hab ne Bullenkarre! Warte, hier rechts ist noch der Reparaturtyp, oder nicht? Ach du Scheiße! Ja, der war da auf die Seite! Wir fahren auf noch Felge! Ja, ich will! Aber schaffst du die Bullenkarre, Leute! Aber wir haben die Höhen, alles cool! Rückwärts geht wunderbar! Ja, aber ich glaube, wir haben uns verfahren! Wir brauchen den anderen... Wie kann man das Radio ausmachen? Wir werden gleich verhaftet! Kuh gedrückt halten! Warte, wir suchen uns hier im schönen Auto! Mit dem Auto! Die Karre ist geil, die will ich haben! Ihr seid ein bisschen zu weit gefahren, einfach nur! Ne, wir nehmen den da! Boah! Wenn wir ihn kriegen! Early! Wir stecken irgendwie fest! Der weiße! Warte, hier! Der, der! Ne, oder? Was ist das? Du kriegst die Karre, sonst kann ich irgendwo sehen, was das für eine Karre... Oh! Okay, warte! Doch, doch! Ich trete ja auf der Seite! Wir haben die erste Stern! So! Wenn irgendjemanden angefahren hat oder umgefahren hat! Ne, der will sein Auto wieder! Der will sein Auto! Alter, den mach ich! Okay! Irgendwie los! Mach ihn fertig! Ja, ja! Du musst gleich aussteigen! Danke ein! Steig aus! Wieso? Du kannst, du bist auf Fahrer sind! Au! Warte, mach los! Okay, jetzt! Okay! Aber andere Seite! Ja, macht's automatisch! So, wo treffen wir uns? Was machen wir? Wo fahren wir hin? Hat jeder von euch schon irgendwie ein Auto oder sowas? Ja! Ich hab sogar eine klar! Ich hab eins! Ich hab eins! Oh man! Ihr habt ja auch alle Platten, oder? Ja, ja! Wir haben ein neues Auto! So! Wir treffen uns einfach mal! Nur für uns, Leute! Jetzt erstmal! Wo war der Berg? Jetzt mal wieder ein bisschen rum! Warum sterben wir alle? Was ist denn hier los? Wenn ich einen Waypoint setze, seht ihr den auch? Nein! Ne, aber ich! Leider nein! Aber du kannst sagen, wohin? Winewood Hills! Das ist hier nördlich an der Rennstrecke! Was machen die hier? Bike Race 11 ist das! Kann ich mal ein Panzer-Albby reparieren? Wo findest du das? Auf der Karte! Da mach ich mal Gag ein Foto! Parkiert! Was ist das? Stimmt! Er nimmt mich als Target! Ein Selfie? Ne, 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 das geht nur einmal! Hier! Woher oben? Der bleibt immer gleich! Wo geht's? In Dalu? Bike Race 11! Fahr dir mal hinterher, Dalu! Puh! Die Grafik ist schon schön! Ich muss jetzt einiges umstellen, wenn du es nicht mehr lagst! Aber es ist schon ziemlich geil! Die Grafik ist auch so! Wartet mal! Hier vorne fährt ein Auto von euch! Könnt ihr mal auf mich warten kurz? Das ist so schnell! Dalu, von deiner Position aus! Auf der Karte, wo ist das? Nördlich! Ey, was ist denn hier passiert? Worum schießen hier alle? Also ich find das nicht Bike Race 11! Du musst doch einfach nur zum Bike Race gehen und auf 11 durchklettern! Das sind meine Freunde! Das sind meine Freunde! Ja! Radrennen und die Elf! Bei wem sind die Schützen auch hier? Sack! Und da geht's jetzt hin! Hey Cress! Kannst du mal fahren? Oh! Was? Du musst doch erstmal suchen, wo das ist! Ich find das nämlich nicht! Du musst auf Radrennen gehen einfach und dann auf die Nummer 11! Und dann kannst du nur noch einen Wegpunkt setzen! Das ist Pinewood Hills! Nördlich war noch nicht! Wir haben nicht so weit weg! Nee, du bist nicht weit weg! So Kapusi Deviner! Willst du einsteigen? Wo? Krass! Das ist ein Auto! Du spät! Ich streck nicht wieder raus! Das kannst du vergessen! Kann ich Begleitung mitnehmen? Ja, ja! Ja, ja! Begleitung! 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 Ich hab Begleitung gefunden! Ich geh jetzt zusammen! Crap! Ah! Hast du gerade so ein paar Leute überfahren? Ich weiß es nicht! Ich hab den Stoff! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab nix gemacht! Ja, wenn du bei nem Kriminell... Ja, wenn du bei nem Kriminell... Ich geh doch auf dem Auto gestanden! Musst doch okay sein! Du bist aufm Auto gestanden! Ja! Und mein Auto wieder... Oh Gott! Was tust du? Ja, hier sind wir! Achso! Ihr seid ja von der Links ist auch ne kleine Straße eingebogen! Ja, ne? Ich glaub schon! Ich glaub schon! Wir sind auch da jetzt eher! Ja, ja! Ich sag noch besser! Oh ne Fahrrad fahren! Was machen wir hier? Was wollen wir da? Ich weiß nicht, warum der Bike Race bei euch mit Fahrrad übersetzt? Der ist einfach Motorrad auch! Was heißt Radrennen hier? Die würde ich gerne haben! Radrennen! Du hast die selber! Ja, ja! Weil mein ist im Arsch! Pass auf! Die Hinterreifen gehen schnell im Arsch! Da kommt wer! Oh, da geben sie Gas! Ohhh! Oh! Oh Taiwan! Oh, ne 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 ne! Hurli, du hast einen ganz schönen Sturz bei dir auf der Hine! Wie geil ihr von allen Seiten grad kommt, das ist mein Auto Hurli! Steigt da hin und du kriegst ne Headshot! Gebuusel, gebuusel, gebuusel! Hier kommen sie alle mit ins Tor. Was? Wo? Oh nein. Und ich mit meiner Hände. So, lass es gut sein. Nein, du tötest einen damit. Oh nein. Toll gemacht, Early-Doy. Hey, Mardus! Was ist das? Sobald du einen mit der Waffe schlägst, tötest du ihn direkt. Aber der NPC macht gerade alle Autos platt, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Der NPC fährt gerade die ganzen Autos kaputt. Dann mach ich mal immer fertig, okay? Ich bin eh da, fach ich bin eh da. Ich bin direkt Paulus gesprochen. Ist das dein Auto, Liquid? Ja, ja. Ist Krabs auch da? Ja, wir sind da. Kann man hier einfach rein... Wir hatten im Moment, Krabs fehlt noch. Ich fehle! Hey! Äh, Kaputus fehlt noch. Ich bin gestorben. Ja, dann musst du uns markieren und hinfahren. Wo ist das? Immer noch Bike-Rank? Ich würde sagen, jetzt sind wir halt auf einem Fleck. Du hast ne Beule in der Tür. Ey, Menes. Lass das. Lass uns auf. Das ist ja ganz dahinten. Ist ja in Ordnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Die kann man auf mich zu. Die Bullen kommen. Schau, was habt ihr davon. Haben sie das... Ja, das illegale Strafrecht ist rausgeflogen. Ey, irgendwie einer schießt hier auf mich. Ja, die Polizisten. Wenn du mich haust, wenn du so ein Schläger bist, ey. Wenn ich jemand haue, schießen die Bullen? Ja, klar. Ja, klar. Hast du recht? Jawoll, machen wir eine 50 Dollar dabei. Ja, krass. Mann, das ist meine Kohle. Auf, wieder auf. So, wo war der Kackpulle, den erschießen ich jetzt? Der ist weggefahren einfach danach. Ach so. WUHUHUHUHU! Loll, da hängt jetzt jemand voll vorbeigefetzt. Bulle! Alter, wer will... Das... Nehmen wir an! Du hast... Werder so wieder chance. Das flog an mir. Wer soll was machen? Ich bleib mir erstmal in Sicherheit stehen. Alter, wenn der Cop mein Auto klaut, dann tritt er ins Gesicht hin. Hier geht... Manus wird jetzt erstmal abgeballert. Nein, 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 nein. Doch. Seig rein, das ist füchtern. Seig rein. Ich helf den Bullen. Da sind die auf meiner Seite. Du Schlange, ey hier kommen immer mehr Bulls, jetzt steckt ein! Die benutzen mein Auto hier als Schutzschild, die Penner. Au! Gibt Gas! Er hat mein Auto! Schigo, was geht denn mit dir? Im Auto, Junge! Schigo, klopfe da in die Wand um. Du fährst mit dem Toten runter. Ey, der Bulle will einen da. Hier ist ein Bulle noch. Der schießt mir, der kommt schon auf einen von euch. Ja, auf Schigo! Der schießt auf dich! Was war denn das? Der schießt aber auf dich! Das schaffen wir doch, das schaffen wir doch, das schaffen wir doch! Doch, Mann, 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 Mann! Du hast nichts gekauft! Du hast dich gebeten? Der schießt aber auf mich! Ich bin natürlich backfly doch! Warum hast du denn hier... ...die ich hier mein Auto als Deckung nehme? Der hat auch meins genommen, die Penner. Okay, Leute! Ich bin bei Kapuze! Ich bin bei Kapuze! Wollten wir nicht ein Rennen fahren? Ja, wenn alle die Sterne jetzt los sind. Keiner mehr Mist machen! Ne, steig ein! Ich hab nichts gemacht! Oh Mann! Ja gut, da fahr ich mal alleine weiter, ja? Warte, warte, warte! Keiner mehr Mist machen und wir treffen uns hier! Ja! Das wird schief gehen! Kann ich die looten? Jawohl, ich hab ne Schuppie! Warte, da kommt ganz viel Verstärkung auf euch zu! Ne, auf uns nicht, ich bin safe! Ich hab nichts gemacht! Ja, ich bin super! Da kommt ein Heli! Ah, Sachse hat drei Sterne! Wer ist denn hier der... Sachse hat drei Sterne? Wer ist denn hier der, der am Arsch ist, oder? Vorsicht! Oh Gott! Ey, die Kopf sind hier... Hier ist ein Bullen aufgebaut! Das ist nicht normal! Das ist nicht schlecht! Das macht Spaß! Das macht Spaß! Ja, die sind alle bei mir jetzt! Wer ist ja alles safe? Wer fehlt noch? Ich bin jetzt wieder safe! Die Bullen hauen jetzt so ab! Okay, dann warten wir uns! Das Sachse hier ist nichts mehr machen, damit die Bullen abhauen! Weil die schießen sonst direkt wieder! Also, aufpassen mit dem aufm Auto stehen und so! Weil das zählt jetzt überfahren! Ey, Marius, bleib mal da stehen! Bleib mal da stehen! Nein, nein, nein! Ehrlich jetzt! Pass auf, ich zeig dir den anderen coolen! Warte, ey, ist aggressiv noch auf dich! Ich will, dass er aufhört! Warte! So, okay, jetzt! Bleib mal stehen! Warte! Warte, warte, warte! Der ist richtig geil! Der! Ja! Das hat dich morgens ohne einen auf der Straße gemacht! So ein Elbo-Check nach hinten! Okay, sind alle so weit? Wir sind alle! Aua! 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 Ich hab' das schon in deine Vorhinein! Oh, meine! Was ist die Krägerei! Warum krieg ich das wieder ab? Ich würde sagen, wir hören auf! Okay! Der schießt wieder läuft die Szene! Aua! Aua! Ach so, ich dachte das wäre ein Raketenwerfer! Es sind jetzt sterben! Es sind jetzt alle da! Es sind alle da! Nein, es waren alle da! Nein, es waren alle da! Das ist sehr gut gemacht! Ach, du spawnst aber hier! Du spawnst aber hier! Einer hat mich wieder gesucht! Ach komm! Dann renn in den Kreis! Also bis jetzt habe ich keinen Sterben! Ich bin im Kreis daran! Alle in den Kreis! Los, schnell in den Kreis! Ja, komm! Das ist echt mein Teru! Boah! Leider nicht drin für euch! Ja, aber wir können im Kreis einfach warten! Du hast zwei Minuten Zeit! Wie viel Alter ist das? Erstmal Radiosender wieder auf Nonn stellen! Ach ja!